Guten Abend, liebe Literaturfreunde, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur sechsten von insgesamt 19 Lesungen aus Gustav Flaubert's Lehrjahre der Männlichkeit. Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edel im Hansa Verlag. Mein Name ist Helge Heinold, ich bin heute Ihr Vorleser. Für all diejenigen, die mitlesen wollen, die heutige Lesung beginnt mit dem dritten Absatz auf der Seite 157. Doch zuvor noch einige Details für die Erinnerung. Der Protagonist des Romans, also der Lernende der Lehrjahre, heißt Frédéric Moreau. Er studierte ein paar Semester Jura mit mäßigem Erfolg und eher lustlos in Paris. Lustvoll hingegen bemühte er sich um ein Liebesverhältnis mit Madame Arnoux, Gattin von Jacques Arnoux, Besitzer des La Industrielle, Zeitungsverleger und Kunsthändler. Sie ist die Mutter von Marthe, einem inzwischen zwölfjährigen Mädchen, und kümmerte sich um dieses weit liebevoller als um die Amoncen Fredericks. Gezwungenermaßen verbrachte dieser inzwischen mehrere Jahre im Haus seiner Mutter, in Norgence-sur-Seine. Madame Moreau waren die finanziellen Mittel abhandengekommen, die das Studium ihres Sohnes in der Hauptstadt ermöglicht hatten. Überraschend für alle verstirbt dann aber der reiche Erbonkel und hinterlässt Frédéric ein Jahreseinkommen von 27.000 Livre. Und nach mehreren Jahren in der Provinz ist er nun bereit zu beruflichen und privaten Höhenflug zurück in Paris. Fast alles hat sich während seiner Abwesenheit verändert. Nicht nur, dass seine große Liebe inzwischen auch einen dreijährigen Buben hat und ihn zwar freundlich, aber nicht liebestrunken, wie er sich das Widersinn erträumt hatte, empfängt. Ihr Mann handelt jetzt mit Fayancen. Sein Jugendfreund Delaurier, dem er seine Wohnung mit allen Möbeln geschenkt hatte, als er zu seiner Mutter ziehen musste, hat seine politischen Ansichten radikalisiert. Bei der Staatsprüfung über Abschnitt 20 im dritten Buch des Kurz-Zivil war er aufgrund dieser politischen Ansichten mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Allerdings hatte man ihm angeboten, die Prüfung zu wiederholen. Inzwischen hat er seine Stelle als erster Kanzlist aufgegeben und teilt sie sich jetzt mit Senecal, die Wohnung. Einen Repetitor, einem Menschen, den Frédéric nicht leiden kann. Und was ist aus all den anderen Freunden und Bekannten geworden? Pellerin, bei dem er malen lernen wollte. Mademoiselle Vatnas, eine schillernde Persönlichkeit aus dem Umfeld Jacques Arnaus, von der wir bis jetzt nicht wissen, in welchem Verhältnis genau sie zu Monsieur Arnaus steht. Delmar, ein Knödeltenor mit einem untrüglichen Gespür für Publikumswirksamkeit. Usonet, Theaterautor und Bohemian, der alle kennt und überall seine Finger im Spiel hat. Die Dombrus, sie gehören zur Haute-Volée. Und vor seiner Abreise nach Nogent-sur-Seine, also vor ungefähr drei, vier Jahren, hatten sie ihn eingeladen. Frédéric verabredet sich mit Delorier für den nächsten Tag im Palais Royal zum gemeinsamen Dijuner. Delorier war zur Prüfung nicht wieder angetreten. Doch dieser unglückselige Abschnitt 20 im dritten Buch des Kurz-Zivil war für ihn seither ein Berg des Anstoßes. Er schrieb an einem großen Werk über die Verjährung als Grundlage des bürgerlichen Rechts und des Naturrechts der Völker. Und er hatte sich versenkt in Duneau, Rogerius, Balbu, Merlin, Vasey, Savigny, Troublanc und andere stattliche Lektüren. Um sich ungestörter damit beschäftigen zu können, hatte er seine Stelle als erster Kanzlist gekündigt. Er lebte jetzt von Repetitationsstunden, verfasste Doktorarbeiten. Und bei den Sitzungen des Departierclubs erschreckte er durch seine Schärfe die konservative Partei. All die jungen Doktrinäre aus der Schule des Monsieur Guizot. So dass er in einem gewissen Milieu etwas wie Ruhm genoss, freilich durchmischt mit leichten Misstrauen gegen seine Person. Er kam zu der Verabredung in einem dicken Überrock, gefüttert mit rotem Flanell, wie ein Szenekal ihn trug. Die Scheu vor den anderen, zu viele Leute kamen vorüber, hinderte sie einander ausgiebig zu umarmen, und sie schlenderten bis zur Wefuhr. Arm in Arm, kichernd vor Vergnügen, eine heimliche Träne im Auge. Dann, als sie allein waren, rief Delaurier, Tausend Teufel, jetzt lassen wir es uns gut gehen. Frideric mochte diese Art an seinem Reichtum sofort heil zu haben gar nicht. Sein Freund bekundete zu viel Freude für sie beide und nicht genug für ihn allein. Anschließend erzählte Delaurier von seiner Niederlage und nach einer Weile auch von seinen Arbeiten, seinem Leben, sprach stoisch über sich selbst und bissig über die anderen. Alles erregte sein Missfallen. Kein Mann von Rang, der nicht ein Gimpel war oder ein Gauner. Wegen eines schlecht gespülten Glases beschimpfte er den Kellner. Und nach Friderics harmlosen Tadel soll ich mich etwas genieren mit solchen Früchtchen, die bis zu sechs, achttausend Frauen im Jahr verdienen, die Wähler sind. Vielleicht sogar wählbar. Nun, nein, niemals. Dann mit schelmischer Miene. Ich vergesse ja ganz, dass ich mit einem Kapitalisten spreche, mit einem Mondor. Denn jetzt bist du ein Mondor. Und auf die Erbschaft zurückkommend vertrat er folgende Meinung, dass nämlich die Erbfolge in der Seitenlinie an sich eine ungerechte Sache, wiewohl diese hier ihn erfreue, demnächst abgeschafft werde, bei der nächsten Revolution. Glaubst du, sagte Frideric. Verlass dich drauf, erwiderte er. So kann's nicht weitergehen. Unser Elend ist zu groß. Wenn ich Leute wie Senecal in Not sehe. Immer dieser Senecal, dachte Frideric. Was gibt's sonst Neues? Na, bist du noch in Madame Arnoux verliebt? Das hat sich gelegt, was? Frideric wusste nicht, was er antworten sollte. Darum schloss er die Augen, senkte den Kopf. Arnoux betreffend erzählte ihm Delaurieux, seine Zeitung gehöre nun Usonet. Der habe sie umgestaltet. Sie hieß nun Lar. Literarische Vereinigung Aktiengesellschaft zu 100 Francs je Aktie. Gesellschaftskapital 40.000 Francs. Mit der Möglichkeit für jeden Aktionär, sein Manuskript hier unterzubringen. Denn die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die Werke von Anfängern zu veröffentlichen. Das Talent, vielleicht das Genie vor schmerzlichen Krisen zu bewahren, die Zermürben und so weiter. Du siehst, was für ein Schwindel. Doch sei durchaus etwas zu machen. Man müsse nur den Ton des besagten Blattes verschärfen und dann plötzlich mit denselben Redakteuren und die Fortführung des Feuilletons versprechend den Abonnenten eine politische Zeitung servieren. Die vorzuschießenden Summen seien nicht der Norm. Na, was hältst du davon? Machst du mit? Frederic wies den Vorschlag nicht zurück. Er müsse jedoch warten bis zum Abschluss seiner Angelegenheiten. Aber wenn du also etwas brauchst... Danke, mein Kleiner, sagte Delaurier. Dann rauchten sie Puros, die Ellbogen auf dem samtbezogenen Fensterbrett. Die Sonne schien, die Luft war mild, umherflatternde Vogelschwärme ließen sich im Garten nieder, die vom Regen reingewaschenen Bronze- und Marmorstatuen glänzten, Kindermädchen in Schürzen plauderten auf Stühlen sitzend, man hörte Kinder lachen, vermischt mit der stetig murmelnden Fontäne des Brunnens. Frederic hatte Delauriers Verbitterung beunruhigt. Doch unterm Einfluss des Weins, der durch seine Adern strömte, halb eingeschlafen, benommen und mit der Sonne im Gesicht, spürte er nur noch ein ungeheures Wohlbehagen. Wollüstig stumpf wie eine mit Wärme und Nass gesättigte Pflanze. Delaurier blickte mit halbgeschlossenen Lidern in eine nebelhafte Ferne. Seine Brust schwoll und dann sagte er, ach, schöner war's doch, als Camille Desmoulins dort drüben auf dem Tisch stand und das Volk hinüberschickte zur Bastille. Damals lebte man, konnte man sich durchsetzen, seine Stärke beweisen. Einfache Advokaten, befehligten Generäle, Habenichtse, schlugen Könige, während heute er verstummte. Dann plötzlich, ta, die Zukunft ist verheißungsvoll. Und auf den Scheiben zum Angriff trommelt, deklamiert er Ferse von Barthelemy. Sie kehrt wieder, die Versammlung des Schreckens, die 40 Jahre danach den Kopf euch verwirrt. Koloss, furchtlos schreitend, mit mächtigem Schritt. Spät? Weiter weiß ich nicht. Aber es ist spät. Wollen wir gehen? Und auf der Straße entwickelte er immer noch seine Theorien. Frédéric spähte, ohne ihm zuzuhören, in den Schaufenstern nach geeigneten Stoffen und Möbeln für seine Wohnungseinrichtung. Und vielleicht ließ ihn der Gedanke an Madame Arnaud vor der Auslage eines Trödlers mit drei Fayence-Tellern stehen bleiben. Sie waren verziert mit gelben Arabesken, glänzten metallisch und kosteten 100 Écudas Stück. Er ließ sie zurücklegen. Also ich an deiner Stelle, sagte Delaurier, würde mir lieber Tafelsilber kaufen. und verriet durch diese Liebe zum Protz den Mann von mickriger Herkunft. Sobald er allein war, lief Frédéric zu dem berühmten Pomadeur, wo er sich drei Hosen bestellte, zwei Frecke, einen pelzgefütterten Mantel und fünf Westen. Dann zu einem Schuster, einen Hemdschneider und zu einem Hutmacher. Überall auf große Eile drängend. Drei Tage später, am Abend seiner Rückkehr aus L'Havre, lag die vollständige Garderobe bereit und in der Ungeduld, sie auch zu tragen, beschloss er, den Dombrös auf der Stelle einen Besuch abzustatten. Doch es war zu früh, kaum acht. Wenn ich zu den anderen ginge, sagte er sich. Arnaud allein vor seinem Spiegel war beim Rasieren. Er machte den Vorschlag, ihn an einen Ort zu führen, wo er sich amüsieren werde. Und beim Namen Dombrös? Ach, das trifft sich gut, Sie werden dort Freunde von ihm sehen. Na kommen Sie doch, es wird lustig. Frédéric machte Ausflüchte. Madame Hamon erkannte seine Stimme und grüßte durch die Wand. Denn ihre Tochter sei nicht wohl, sie selbst unpässlich. Und man hörte das Klirren eines Löffels im Glas und all das Geraschel behutsam zurechtgelegter Dinge wie in einem Krankenzimmer. Dann verschwand Arnaud, um seiner Frau Ade zu sagen. Er häufte gute Gründe. Du weißt doch, eine ernste Sache. Ich muss da hin. Das braucht's. Ich werde erwartet. Geh, mein Lieber, amüsiere dich. Arnaud winkte einen Fiaker herbei. Palais Royal Galerie Montpensier Nummer 7. Und sich in die Polster fallen lassend. Ach, was bin ich müde, mein Guter. Ich krepier noch dabei. Aber Ihnen kann ich's ja sagen. Er beugte sich zu seinem Ohr geheimnisvoll. Ich suche hinter das Kupferrot der Chinesen zu kommen. Und er entwickelte, was Glasur ist und was Muffel brannt. Bei Chevelle überreichte man ihm einen großen Korb. Den ließ er zum Fiaker tragen. Dann wählte er für seine arme Frau Weintrauben, Ananas, diverse Leckereien. Und er suchte dringend, diese zeitig am nächsten Morgen zu liefern. Anschließend fuhren sie zu einem Kostümverleih. Es ging nämlich um einen Ball. Arnaud nahm eine Kniehose aus blauem Samt, eine ebensolche Jacke, eine rote Perücke, Friederik einen Domino. Und sie hielten in der Rue de Laval vor einem Haus, auf dessen zweiter Etage bunte Laternen bramten. Schon am Fuß der Treppe hörte man Gefiedel. Wo zum Teufel sind wir, sagte Friederik. Bei einem feinen Mädchen, keine Angst. Ein Grum, ein Reitknecht, ein Grum öffnete ihnen die Tür und sie traten ins Vorzimmer, wo Überröcke, Mäntel und Schals haufenweise auf Stühlen lagen. Eine junge Frau im Kostüm eines Dragoners unter Ludwig XV. durchquerte es in eben diesem Augenblick. Es war Mademoiselle Rose Annette Brun, die Herrin des Ortes. »Nun«, sagte Arnaud, »erledigt«, antwortete sie. »Och, danke, mein Engel!« Und er wollte sie küssen. »Vorsicht, Dummkopf! Du reinierst mir die Maquillage!« Arnaud machte sie mit Friederik bekannt. »Rein ins Getümmel, Monsieur! Herzlich willkommen!« Sie schlug hinter sich eine Portiere zur Seite und rief mit großer Emphase, »Der exzellente Arnaud, Küchenjunge! Und ein mit ihm befreundeter Prinz!« Friederik war zunächst geblendet von den Lichtern. Er sah nur Seide samt nackte Schultern. Ein buntes Durcheinander hin und her wogen zu den Klängen eines Orchesters, das versteckt war hinter Grünpflanzen, zwischen gelbseidenen Wänden mit Pastellbildnissen hier und da und mehrarmigen Kristalllüchtern im Stil Ludwig XVI. Hohe Lampen, deren matte Glaskugeln aussahm wie Schneebälle, hingen über Blumengebinden, die in jedem Eck auf den Konsolen standen. Und gegenüber, nach einem zweiten kleineren Raum, gewahrte man in einem dritten ein Bett mit gewundenen Säulen und einem venezianischen Spiegel am oberen Ende. Die Tänze endeten, und es gab Applaus, Freudengeschrei beim Anblick von Annou, der mit seinem Korb auf dem Kopf einherschritt. Die Delikatessen türmten sich hintermitte. »Achtung, der Lüster!« Friederik blickte hoch. Es war der Lüster aus Meißner Porzellan, der beim A-Industriell den Laden schmückte. Die Erinnerung an alte Tage ging ihm durch den Sinn. Doch ein Linieninfanterist in schlichter Uniform, mit jener einfältigen Miene, die Rekruten traditionsgemäß eignet, sprang mit ausgebreiteten Armen vor ihn, zum Ausdruck seiner Überraschung, und trotz des abscheulichen, überspitzten, schwarzen Schnurrbart, der ihn entstellte, erkannte er seinen alten Freund Usonet. In einem Kauderwelsch halb elsässisch, halb schwarzen Gekauder, überhäufte ihn der Bohemian mit Glückwünschen. Er nannte ihn seinen Oberst. Friederik aus der Fassung gebracht, durch all diese Leute verschlug es die Sprache. Ein Bogen klopfte auf ein Pult, Tänzer und Tänzerinnen bezogen Stellung. Sie waren ungefähr sechzig, die Frauen zumeist als Dörflerinnen verkleidet oder als Markisen, und die Männer fast alle reiferen Alters, als Fuhrläuse, Debadeure oder Matrosen. Friederik hatte sich an die Wand gelehnt und beobachte die Kadri. Ein alter Buh, trappiert wie ein venezianischer Doge, in einer langen Simar aus purpurner Seite, tanzte mit Madame Rosanet, die einen grünen Frack trug, eine Reithose und weiche Stiefel mit Goldsporen. Das Paar gegenüber bestand aus einem Arnauten, den etliche Jatagane zierten, und einer blauäugigen Schweizerin, weiß wie Milchprall, wie eine Wachtel, in Hemdsärmen und rotem Mieder. Weil sie ihr Haar zur Geltung bringen wollte, das sich herabringelte bis zu den Kniekehlen, hatte eine große Blonde, Statistin an der Oper, sich als Wilde kostümiert, und über ihrem bräunlichen Trikot trug sie nichts als einen ledernen Schurz, Armbänder aus Glasperlen und einen Stirnreif aus Flittertand, darin ein hoch aufragendes Büschel Pfauenfedern. Vor ihr trommelte ein Pritschar in einem skurrilen, weiten, schwarzen Frack mit dem Ellbogen den Takt auf seiner Tabaksdose. Ein kleiner Bartoschäfer, azurblau und silbern wie ein Mondscheinhimmel, stieß seinen Hirtenstab gegen den Törsos, einer Bachantin mit Trauben umkränzt, ein Leopardenfell an der linken Flanke und dazu Coturne mit Goldbändern. Auf der anderen Seite wiegte eine Polin in nakaratrotem Samtspenzer ihr Gazeröckchen über perlgrauen Seidenstrümpfen, umfasst von rosa Stiefelchen mit weißem Pelzrand. Sie lächelte einem bäuchigen, um die vierzig entgegen, der als Chorknabe gewandet war und riesige Hüpfer vollführte, mit einer Hand sein Hemd lüftend und mit der anderen sein rotes Käppchen haltend. Die Königin jedoch, der Stern, das war Mademoiselle Lulu, berühmte Tänzerin der öffentlichen Bälle. Da sie jetzt reich war, trug sie einen breiten Spitzenkragen über ihrer dezenten Samtjacke und ihre weite Hose aus mohnroter Seide an der Kruppe eng anliegend und um die Taille mit einem Kaschmir-Schal gegürtet, zierten die ganze Naht entlang echte kleine weiße Kamelien. Ihr blasses Gesicht, leicht aufgedunsen und mit Stupsnase, wirkte noch frecher durch das Gestruvel ihrer Perücke, auf der ein Männerhut saß, aus grauem Filz, mit einem Faustschlag zusammengekniffen, überm rechten Ohr. Und bei den Sprüngen, die sie machte, berührten ihre Escapins mit diamantbesetzten Schnallen fast die Nase ihres Nachbarn. Ein großer mittelalterlicher Freiherr, eingezwängt in seine Eisenrüstung. Es gab dann noch einen Engel, mit Goldschwert in der Hand, zwei Schwanenflügel auf dem Rücken. Sie verlor ihren Kavalier, einen Ludwig XIV., im Hin und Her alle Augenblick, begriff nichts von den Figuren und störte den Kontertanz. Frédéric empfand beim Betrachten dieser Menschen ein Gefühl von Verlassenheit, ein Unbehagen. Er dachte immer noch an Madame Arnoux und ihm war, als beteilige er sich an etwas Feindseligen, das sich zusammenbraute gegen sie. Als die Cadree zu Ende war, trat Madame Rosanette zu ihm. Sie keuchte ein bisschen und ihr Ringkragen, blank wie ein Spiegel, bebte sacht unterm Kinn. »Und Sie, Monsieur, tanzen Sie nicht?« Frédéric entschuldigte sich, »er könne nicht tanzen.« »Wirklich?« »Aber mit mir?« »Gewiss doch.« Und nur auf eine Hüfte gestützt, das andere Knie leicht nach hinten angewinkelt, mit der linken Hand über den Perlmuttgriff ihres Degens streichend, musterte sie in ein Weilchen mit halbbittender, halbspöttischer Miene. Schließlich sagte sie, »Guten Abend!« drehte sich einmal im Kreis und verschwand. Frédéric, unzufrieden mit sich selbst, wußte nicht, was er tun sollte und begann durch das Balgetümmel zu streunen. Er betrat das Boudoir, ausgepolstert in blassblauer Seide mit Fellblumensträußchen, während an der Decke in einem vergoldenen Holzring Amoretten aus einem azurenen Himmel hervortauchten und auf Wolken wie Plümos miteinander schäkerten. Diese Zierlichkeiten, die heutzutage für Damen wie Rosanette bloß Armseligkeiten wären, blendeten ihn und erstaunte über alles die künstlichen Windengewächse, die sich um den Spiegel rankten, die Schutzbleche vor dem Kamin, den türkischen Diwan und in einer Vertiefung der Wand eine Art Zelt, ausgeschlagen mit rosaroter Seide und darüber weißer Mousselin. Schwarze Möbel mit Einlegearbeiten aus Messing standen im Schlafzimmer, wo auf einem mit Schwanenflaum überzogenen Podest das große Himmelbett mit Straußenfedern thronte. In Nähkissen steckten Nadeln mit Edelsteinknöpfen. Auf Tabletts, herumliegende Ringe, goldgefasste Medaillons und silberne Schatullen waren im Dämmer zu erkennen und am Schimmer einer an drei Kettchen hängenden böhmischen Ampel. Durch eine kleine, halboffene Tür sah man ein Treibhaus, das die ganze Breite einer Terrasse einnahm, mit einer Voliere am anderen Ende. Das freilich war eine Umgebung, die gefallen musste. Und in einem jenen Aufbegehren seiner Jugend schwor er sich, alles auszukosten, wurde kühn. Wieder am Eingang zum Salon, wo jetzt mehr Leute waren, alles zappelte in einer Art Staubgeflimmer, verweilte er und beobachtete die Katrin, kniff die Augen zusammen, um besser zu sehen und atmete die weichen Frauendüfte, die umherschwebten wie ein ungeheurer, allumfassender Kuss. Doch ganz nah, auf der anderen Seite der Tür, stand Pellarin. Pellarin, in großer Gala. Die linke Hand im Brustausschnitt und mit der rechten hielt er neben seinem Hut einen weißen Handschuh, zerrissen. Da, schau her! Sie hat man lange nicht gesehen. Wo zum Teufel haben Sie gesteckt? Auf Reisen? In Italien! Eine Schablone, was, dieses Italien? Nicht so aufregend, wie man behauptet. Was soll's? Bringen Sie mir demnächst mal Ihre Skizzen vorbei? Und ohne eine Antwort abzuwarten, redete der Künstler sofort von sich selbst. Er hatte große Fortschritte gemacht. Denn ihm sei ein für allemal die Dummheit der Linie klar geworden. Man dürfe in einem Werk nicht so sehr nach Schönheit und nach Einheit streben, als vielmehr nach Eigenart und Vielfalt der Dinge. Denn alles existiert in der Natur. Folglich ist alles erlaubt. Alles gestaltbar. Man muss nur den Ton treffen. Mehr nicht. Ich habe das Geheimnis entdeckt. Und ihn mit dem Ellbogen stoßend sagte er ein paar Mal. Ich habe das Geheimnis entdeckt. Wissen Sie? Schauen Sie zum Beispiel einmal auf die kleine Frau da mit der Sphinx-Frisur, die mit einem russischen Postillon tanzt. Das ist glatt, dürr, entschieden, alles flächig und in harten Farben. Indigo unter die Augen, einen Klecks Zinnober auf die Wange, Bister auf die Schläfen, piff, paff, und er schleuderte mit dem Daumen so etwas wie Pinselstriche in die Luft. Ganz anders die Dicke da drüben, fuhr er fort und zeigte auf ein Fischweib in kirschrotem Kleid mit Goldkreuz am Hals und einem im Rücken verknoteten Fischu aus Linon. Nichts als Rundungen, die Nüstern breit wie die Flügel ihrer Haube, die Mundwinkel nach oben gezogen, das Kinn nach unten. Alles ist feist, fließend, füllig, sanft und sonnig. Ein echter Ruhms. Und doch sind alle beide vollkommen. Wo also ist der Typus? Er geriet in Feuer. Was ist eine schöne Frau? Na, was ist das Schöne? Ach, das Schöne, werden Sie sagen. Friederik unterbrach ihn, denn er wollte wissen, wer dieser Pierrot mit dem Ziegenbockprofil sei, der gerade mitten in einer Pastorelle alle Tänzer segnete. Ach, nicht der Rede wert, ein Witwer, Vater von drei Jungen, lässt sie ohne Hosen rumlaufen, verbringt sein Leben im Club und schläft mit dem Kindermädchen. Und der da im Kostüm eines Bayer, eines Vogts, der in der Fensternische mit einer Marquis Pompadour spricht. Die Marquise, das ist Madame Vandell, früher Schauspielerin am Gymnasium, Maitresse des Dogen, das Comte de Palazzo. Seit zwanzig Jahren sind die zusammen, keiner weiß warum. Was hatte sie einst für schöne Augen, diese Frau? Der Citoyen neben ihr wird Kapitän Derbigny genannt, ein alter Haudegen. Sein ganzes Vermögen besteht aus seinem Kreuz der Ehrenlegion und seiner Pension. Er dient den Grisetten als Onkel bei Feierlichkeiten, arrangiert Duelle und diniert in der Stadt. Ein Gauner? fragte Frédéric. Nein, ein Ehrenmann. Ach so. Der Künstler nannte ihm noch andere. Da entdeckte er einen Herrn, gekleidet wie die Ärzte bei Molière, in einem stattlichen Talar aus Schwarzer Serge, freilich offen von oben bis unten, damit auch jeder seine vielen Berlocken sah. Und hier kommt Dr. de Rougie, der ärgert sich schwarz, dass er nicht berühmt ist, hat ein medizinisch-pornografisches Buch geschrieben, wichst gern die Stiefel in der vornehmen Welt, ist verschwiegen. Die Damen vergöttern ihn. Er und seine Gemahlin, die hagere Burgfrau im grauen Kleid, tingeln durch alle öffentlichen Orte und noch durch andere. Trotz dürftiger Verhältnisse haben sie einen Jouer. Künstlerische Teegesellschaften, bei denen man sich Ferse aufsackt. Obacht! Und wirklich trat der Doktor zu ihnen. Bald schon bildeten die drei am Eingang des Salons eine Plaudergruppe, zu der sich Isoné gesellte, dann auch der Liebhaber der Wilden, ein junger Dichter, welcher unter einem kurzen, männlichen à la France I. die jämmerlichste Anatomie exhibierte. Und schließlich ein geistreicher Bursche, verkleidet als Zirkustürke. Doch seine Jacke mit den gelben Litzen war auf so vielen Rücken fahrender Zahnreißer heruntergekommen, das Rot seiner weißen Faltenhose so ausgebleicht, sein Turban zusammengerollt wie ein Aal in Senfsoße von so armseligem Anblick, sein ganzer Aufzug mit einem Wort so kläglich und gelungen, dass die Frauen ihren Abscheu nicht verbargen. Der Doktor tröstete ihn darob mit großem Lobesgesang auf die Desbardes, seine Mätresse. Dieser Türke war Sohn eines Bankiers. Zwischen zwei Kathrinen lief Rosanette zum Kamin, wo in einem Fauteuil ein kleiner Greis hockte, rundlich in braunem Frack mit Goldknöpfen. Den schlaffen Backen, die über seine hohe weiße Halsbinde hingen, zum Trotz verlieh das immer noch blonde Haar, natürlich gelockt wie das Fell eines Pudels, ihm etwas ganz und gar Keckes. Sie lauschte ihm, hinabgebeugt zu seinem Gesicht. Dann bereitete sie ihm ein Glas Sirup, und nichts war niedlicher als ihre Hände in den Spitzenmanschetten, die hervorschauten unter den Aufschlägen des grünen Rocks. Als der gute Mann getrunken hatte, küsste er diese. Das ist doch Monsieur Dree. Anous Nachbar. Aus und vorbei, sagte lachend Pellerin. Wie? Ein Postillon von Monjumont hatte sie um die Talie gefasst. Ein Walzer begann. Da erhoben sich alle Frauen, die rings um den Salon auf Bänken saßen, flink eine nach der anderen, und ihre Röcke, ihre Scherben, ihr Kopfputz fingen an sich zu drehen. Sie drehten sich so nah bei ihm, dass Frederik auf ihren Stirn die Schweißtröpfchen sah. Und weil diese Kreisbewegung immer schneller und regelmäßig schwindelerregend seine Gedanken in eine Art Rausch versetzte, erschienen noch andere Bilder, während sie alle in selben Gleißen vorbeiwirbelten. Doch jede eine ganz eigene Erregung hervorrufend, je nach Typ ihrer Schönheit. Die Polin, die sie schmachtend hingab, weckte das Verlangen, sie ans Herz zu drücken, während er mit ihr im Schlitten durch eine verschneite Ebene fuhr. Ausblicke auf friedliche Lust am Ufer eines Sees in einem Chalet eröffneten sich unter den Schritten der Schweizerin, die mit geradem Oberkörper und gesenktem Blick walzte. Dann plötzlich ließ ihn die Bachantin, als sie ihr dunkles Haupt zurückwarf, von gieriger Zärtlichkeit träumen, in Oleanderhainen, in Gewitterschwüle, im dumpfen Getrommel der Tamburine. Das Fischweib außer Atem durch den schnellen Takt lachte laut Hals und gern hätte er mit ihr gezächt, in dem Progerance ihr Fischschuh zerzaust mit beiden Händen wie in guter alter Zeit. Die Debadeus jedoch, deren flinke Zehen kaum das Parkett berührten, Bark in der Geschmeidigkeit ihrer Glieder und im Ernst ihres Gesichts offenbar alle Raffinements der modernen Liebe, die präzise ist wie eine Wissenschaft und beweglich wie ein Vogel. Rosanette drehte sich eine Hand in die Hüfte gestemmt. Ihre überm Kragen hüpfende Marteau-Perücke versprühte ringsumher Iris-Puder und bei jeder Runde erwischte sie Friederik fast mit den Spitzen ihrer Goldsporen. Beim letzten Walzer-Akkord erschien Mademoiselle Vatnas. Um dem Kopf trug sie ein algerisches Tuch auf der Stirn Philipp Jaster, unter den Augen Antimon dazu eine Art Paletot aus schwarzem Kaschmir, der herabfiel auf einen silberdurchwirkten hellen Rock und in der Hand eine Schelltrommel. Hinter ihr schritt ein großer Bursche im klassischen Dante-Kostüm, der niemand anderes war, sie machte jetzt keinen Hehl mehr daraus, als der einzige Sänger aus dem Alhambra, der Auguste de la Mar hieß, sich anfangs Antenor de la Mar nannte, dann Thelma, dann Belma und schließlich Delma, auf diese Weise seinen Namen ändernd und im wachsenden Ruhm gemäß perfektionierend. Denn er hatte das Tingeltangel fahren lassen zugunsten des Theaters und kürzlich unter großem Aufsehen in Ambigü debütiert, in Gaspardo der Fischer. Isonel verzog bei seinem Anblick das Gesicht. Seit man sein Stück abgelehnt hatte, verabscheute er die Komedianten. Unvorstellbar die Eitelkeit dieser Herren, insbesondere der hier. So ein Angeber, seht nur. Nach einer flüchtigen Verneigung vor Rosanet hatte sich Delma an den Kamin gelehnt und er verharrte reglos, eine Hand auf dem Herzen, den linken Fuß vorgeschoben, die Augen gen Himmel, mit seinem vergoldeten Lorbeerkranz unter der Kapuze und legte angestrengt viel Poesie in seinen Blick, um die Damen zu betören. In einigem Abstand bildete sich um ihn ein weiter Kreis. Die Vatnas jedoch kam, nachdem sie Rosanet ausführlich umarmt hatte, zu Isonel und bat ihn, unter stilistischem Gesichtspunkt ein Erziehungswerk durchzusehen, das sie veröffentlichen wollte, Blütenlese für junge Damen. Eine literarische und moralische Sammlung. Der Literat versprach seine Hilfe. Nun fragte sie, ob er nicht in einem der Blätter, bei denen er Zutritt habe, ihren Freund ein wenig herausstreichen und ihm später eine Rolle verschaffen könne. Isonel vergaß darüber den Punsch. Arnoux hatte ihn zubereitet und gefolgt vom Grum des Comtes, der ein leeres Tablett trug, offerierte er ihn selbst zufriedenen Gästen. Als er an Monsieur Audry vorbeikam, trat Rosanet dazwischen. Na, das ist jetzt mit der Sache. Leichte Röte stieg ihm ins Gesicht. Schließlich wandte er sich an den Alten. Unsere Freundin hat mir gesagt, Sie besäßen die Freundlichkeit. Gewiss doch, Herr Nachbar, ganz zu Diensten. Und es fiel der Name von Monsieur D'Ambreuse. Sie unterhielten sich halblaut. Drum verstand Friederik nur vage. Er begab sich zum anderen Ende des Kamins, wo Rosanet und Delmar miteinander plauderten. Der Mime hatte ein vulgäres Gesicht, wie Bühnendekoration, nur aus der Ferne zu betrachten. Dicke Hände, große Füße, einen plumpen Kiefer, und er verunglimpfte, die famosesten Schauspieler behandelte, die Dichter von oben herab, sagte, mein Organ, meine Gestalt, meine Mittel, und spickte sein Gerede mit Wörtern, die er selbst kaum verstand, für die er jedoch eine Vorliebe hatte, wie Morbidezza, Analogie und Homogenität. Rosanet lauschte mit beifälligem Nicken. Man sah, dass unter der Schminke auf ihren Wangen Bewunderung leuchtete und etwas Feuchtes huschte wie ein Schleier über ihre hellen Augen von unbestimmbarer Farbe. Wie konnte so ein Mann sie entzücken? Friederik steigerte sich in noch größere Verachtung, vielleicht um den diffusen Neid zu bannen, den er insgeheim hegte. Mademoiselle Vatnas stand jetzt bei Arnoux und während sie hin und wieder laut auflachte, warf sie einen Blick zu ihrer Freundin, von der Monsieur Audry kein Auge ließ. Dann verschwanden Arnoux und die Vatnas. Der Alte trat näher, sprach leise zu Rosanet. Na gut, ja, abgemacht. Lassen Sie mich in Frieden. Und sie bat Friederik, in der Küche nachzusehen, ob Arnoux dort sei. Ein Bataillon halb voller Gläser bedeckte den Boden und die Kasserollen, die Töpfe, der Butterkessel, die Bratpfannen tanzten. Arnoux kommandierte die Bedienten, duzte sie, rührte die Remoulade, kostete die Soßen, scherzte mit dem Mädchen. Gut, sagte er, geben Sie ihr Bescheid, ich lasse servieren. Niemand tanzte mehr. Die Frauen hatten sich wieder gesetzt, die Männer spazierten auf und ab. In der Mitte des Salons blähte sich vor einem Fenster der Vorhang im Wind und die Sphinx, den Warnungen aller anderen zum Trotz, hielt ihre schweißnassen Arme in die Zugluft. Wo nur steckte Rosanet? Friederik suchte sie überall, sogar im Boudoir und Schlafzimmer. Manch einer hatte sich, um allein zu sein oder auch zu zweit, sich hierher geflüchtet, dunkel verschmolz mit Geflüster, leises Kichern erklang hinter Taschentüchern und man erahnte das Beben der Fächer vor den Korsagen, so langsam und sanft wie der Flügelschlag eines verletzten Vogels. Als er das Treibhaus betrat, sah er unter den ausladenden Blättern einer Kaladie beim Springbrunnen Delmar, Beuchlingsdar liegen auf dem leinenbezogenen Kanapé. Rosanet saß neben ihm, eine Hand in seinem Haar und sie betrachteten einander. Im selben Augenblick kam Anu aus der anderen Richtung von der Voliere. Delmar sprang hoch, schritt dann gemächlich davon, ohne sich umzuwenden und er blieb sogar bei der Tür stehen, brach eine Hibiskusblüte, die er sich ins Knopfloch steckte. Rosanet hielt den Kopf gesenkt. Frederik, der sie im Profil sah, bemerkte jetzt, dass sie weinte. »Was hast du?« sagte Anu. Sie zuckte die Schultern ohne Antwort. »Ist es seinetwegen?« drängte er. Sie schlagen die Arme um seinen Hals und ihn auf die Stirn küssend langsam. »Du weißt ja, dich werde ich immer lieben, Dickerchen. Vergiss es. Gehen wir essen. Ein Messinglüster mit vierzig Kerzen erleuchtete den Raum, dessen Wände unter den aufgehängten alten Faiancen verschwanden. Und dieses senkrecht herabfallende, grelle Licht ließ zwischen den Vorspeisen und Früchten einen riesigen Butt noch weißer Schimmern in der Mitte der Tischdecke, ringsum, gesäumt von Tellern voller Hummersuppe. Unter Stoffgeknister nahmen die Frauen ihre Röcke, Ärmel und Scherpen raffend nebeneinander Platz. Die Männer standen, machten es sich in den Ecken bequem. Pellerin und Monsieur Audry wurden neben Rosanette gesetzt, Arnoux gegenüber. Palasseau und seine Freundin hatten sich empfohlen. Glückliche Reise, sagte sie. Los geht's! Und der Chorknabe, ein Spaßvogel, schlug ein großes Kreuz und begann das Tischgebet. Die Damen waren entrüstet, allen voran das Fischweig, Mutter eines Mädchens, aus dem sie eine ehrbare Frau machen wollte. Auch Anu mochte das nicht, fand, man müsse die Religion achten. Eine deutsche Wanduhr samt Gockel schlug zwei und erregte mit ihrem Kuckuck-Kuckuck arge Halterkeit. Es folgten allerhand Geschichten, Karlauer-Anekdoten, Aufschneidereien, Wetten, Lügen, die für wahr durchgingen, unwahrscheinliche Behauptungen, ein Wortwirrwarr, der bald in einzelne Gespräche zerfiel. Der Wein strömte, Gericht folgte auf Gericht, der Doktor tranchierte. Man warf sich eine Orange zu, einen Korken, man verließ seinen Platz, um mit jemandem zu plaudern. Oft drehte sich Rosanette zu Delmar, der reglos hinter ihr stand. Pellerin schwatzte, Udry lächelte, Mademoiselle Vatnars aß, die Krebspyramide fast ganz allein und die Schalen knackten unter ihren langen Zähnen. Der Engel, auf dem Klavierhocker, dem einzigen Ort, wo die Flügel ihr zu sitzen erlaubten, kaute sanftmütig, ohne Unterlass. Was für ein Gierschlund, wiederholte der Chorknabe verdutzt. Was für ein Gierschlund! Und die Sphinx trank, Schnaps brüllte, aus vollem Hals tobte, wie ein Dämon. Plötzlich schwollen ihr die Backen und weil sie das Blut, das sie erstickte, nicht länger bändigen konnte, presste sie ihre Serviette an die Lippen, warf sie dann unter den Tisch. Friderik hatte es gesehen. Er ist nicht schlimm. Und auf sein Drängen doch lieber zu gehen und sich zu schonen, antwortete sie langsam, wozu? So oder anders. Das Leben ist nicht zum Lachen. Da überlief ihnen ein Frösteln, eisige Traurigkeit, als habe er ganze Welten voll Elend und Verzweiflung erblickt. Ein Kohlebecken neben einem Gurtbett und die Leichen im Schauhaus mit Lederschutz, dazu der Hahn, aus dem auf ihr Haar kaltes Wasser rinnt. Isonet dagegen kauerte zu Füßen der Wilden, gröelte mit heiserer Stimme den Schauspieler Grasso imitierend. Sei nicht grausam, oh Keluta. Dies kleine Familienfest ist bezaubernd. Macht mich trunken von Wollust, meine Herzallerliebsten. Lasst uns turteln, lasst uns turteln. Und jetzt küsste er alle Frauen auf die Schultern. Sie schauderten gekitzelt von seinem Schnurrbart. Dann verfiel er auf die Idee, mit einem leichten Schlag einen Teller an seinem Kopf zu zertrümmern. Andere taten es ihm nach. Die Fayence-Scherben flogen wie Schieferziegel im Sturm. Und die Debadeus schrie, geniert euch nicht, ist alles gratis, der feine Herr und Fabrikant, der schenkt sie uns. Alles schaute auf Anu, der erwiderte, aber nur auf Rechnung, bitte sehr. Denn offenbar lag ihn daran, nicht oder nicht mehr als Rosanettes Liebhaber zu gelten. Da erhoben sich zwei wütende Stimmen. Dummkopf! Halunke! Stehe zur Verfügung! Gleichfalls! Der mittelalterliche Ritter stritt mit dem russischen Postillon. Denn dieser hatte behauptet, Rüstungen ersparten das Tapfersein. Der andere hatte das als Beleidigung aufgefasst. Er wollte sich schlagen, alle gingen dazwischen und der Kapitän, mitten im Aufruhr, kämpfte ums Gehör. Meine Herren, ich bitte Sie! Nur ein Wort! Ich habe Erfahrung, meine Herren! Rosanette klopfte mit ihrem Messer gegen ein Glas, bewirkte so endlich Stille. Und sich an den Ritter wendend, der immer noch seinen Helm trug, dann an den Postillon, geschmückt mit einer langhaarigen Pelzmütze, nehmen Sie als erstes Ihren Topf vom Kopf, der bringt mich noch zum Kotzen, und Sie dort Ihren Wolfsschädel. Wollt Ihr mir wohl gehorchen, Sapperlott? Seht Ihr meine Epauletten? Ich bin Eure Marschallin! Sie parierten und alle klatschten und schrien, es lebe die Marschallin! Es lebe die Marschallin! Jetzt nahm sie vom Ofen eine Flasche Champagnerwein und goss ihn von oben herab in die Kelche, die sich ihr entgegenstreckten. Der Tisch war zu breit, drum kamen die Gäste, vor allem die Frauen, zu ihr gelaufen, stellten sich auf die Zehenspitzen, auf die Querleisten der Stühle und bildeten für eine Minute eine pyramidale Gruppe aus frisurennackten Schultern, ausgestreckten Armen, vorgebeugten Körpern. Und mitten in all dem blitzten lange Strahlen von Wein, der Pierrot und Arnoux nämlich ließen, aus zwei Ecken des Raumes je eine Flasche knallen und spritzten in die Gesichter. Die kleinen Vögel aus der Voliere, deren Tür jemand aufgemacht hatte, schwärmten in den Raum, verschreckt um den Lüster flatternd, stießen an Scheiben, an Möbel und manche setzten sich auf Köpfe, bildeten im Haar ausladende Blüten. Die Musiker waren gegangen. Man zog das Klavier aus dem Vorzimmer in den Salon. Die Wadnass setzte sich dran und begleitet vom Chorknaben, der die Schellentrommel rührte, hämmerte sie einen rasenden Kontertanz in die Tasten wie ein aufstampfendes Pferd und wiegte sich in den Hüften, um den Takt zu betonen. Die Marschallin zog Friederik mit sich fort. Usonet schlug ein Rad, die Debadeus verrenkte sich wie ein Clown, der Pierrot schlenkerte wie ein Orang-Utan. Die Barbarin spielte mit ausgebreiteten Armen das Schlingern einer Schaluppe. Endlich waren alle erschöpft und standen still. Jemand öffnete das Fenster. Der helllichte Tag strömte herein mit der Frische des Morgens. Ein Ruf voller Staunen erklang, dann herrschte Schweigen. Es flackerten die gelben Flammen. Ab und an zersprang einer von den Tropfenfängern. Das Parkett lag übersät mit Bändern, Blumen, Perlen. Die Konsolen klebten von Punsch- und Sirupflecken, die Tapeten waren schmutzig, die Kostüme zerknittert voller Staub. Die Zöpfe hingen auf die Schultern. Die Maquillage, zerfließend mit dem Schweiß, enthüllte fahle Gesichter, blinzelnde rote Lider. Die Marschallin, frisch wie dem Bart entstiegen, hatte rosige Wangen, strahlende Augen. Sie warf die Perücke weit von sich und ihr Haar fiel um sie herab zu einem Vlies, sodass man von ihrem ganzen Aufzug nur noch die Reithose sah. Ein komischer Anblick, zugleich aber hübsch. Die Sphinx, die fiebrig mit den Zähnen klapperte, brauchte einen Schal. Rosanette lief in ihr Zimmer, um einen zu holen, und als die andere ihr folgte, schlug sie ihr die Tür vor der Nase zu mit Schwung. Der Türke bemerkte sehr laut, man habe Monsieur Audry nicht aufbrechen sehen. Dieser Bosheit schenkte niemand Beachtung, alle waren zu müde. Dann wartete man auf die Wagen, kuschelte sich in Mäntel und Kapuzen. Es war sieben Uhr. Der Engel saß immer noch im Esszimmer am Tisch, vor einem Mus aus Butter und Sardinen, und das Fischweib an ihrer Seite rauchte Zigaretten und erteilte gute Ratschläge fürs Leben. Endlich kamen die Fiaker. Die Gäste entschwannten. Isonet, der als Korrespondent für die Provinz arbeitete, musste vor seinem Déjeuner noch 53 Zeitungen lesen. Die Barbarin hat eine Probe am Theater. Pellerin ein Modell, der Chorknabe drei Verabredungen. Der Engel jedoch, heimgesucht von den ersten Anzeichen einer Magenverstimmung, konnte nicht aufstehen. Der mittelalterliche Freiherr trug sie hinaus zum Fiaker. »Gib Acht auf Ihre Flügel!« rief die Debadeus aus dem Fenster. Man stand auf den Treppenabsatz. Da sagte Mademoiselle Vatnas zur Rosanette, »Adie Liebste, dein Abend war sehr gelungen.« Dann, sich zu ihrem Ohr neigend, »Behalt ihn!« »Bis auf bessere Zeiten«, erwiderte die Marschallin und kehrte ihr langsam den Rücken. Anu und Frederik fuhren miteinander, wie sie gekommen waren. Der Fayencehändler zeigte eine so finstere Miene, das sein Begleiter ihn für unpässlich hielt. »Ich?« »Nicht im Geringsten!« Er kaute am Schnurrbart, runzelte die Stirn und Frederik fragte, ob vielleicht seine Geschäfte ihm Sorgen bereiteten. »Ach, keineswegs!« Dann plötzlich, »Sie kannten ihn schon, den alten Nodri?« »Und mit Groll in der Stimme?« »Er ist reich, der lumpige Greis!« Anschließend redete Arnoux von einem wichtigen Brand, der werde heute in seiner Fabrik beendet. Er wollte ihn sehen, der Zug fuhr in einer Stunde. »Ich muss aber noch meine Frau küssen.« »Aha, seine Frau«, dachte Frederik. Dann ging er zu Bett, mit einem unerträglichen Schmerz im Hinterkopf, und er trank eine Karaffe Wasser gegen den Durst. Ein anderer Durst war über ihn gekommen, der nach Frauen, nach Luxus und nach allem, was dazugehörte zum Pariser Leben. Er fühlte sich leicht benommen, wie ein Mann, der von einem Schiff an Land geht, und im Taumel des ersten Schlafs wirbelten in einem Fort die Schultern des Fischschweibs an ihm vorüber, die Hüften der Debadeus, die Waden der Polin, die Haarpracht der Barbarin. Dann erschienen zwei große schwarze Augen die nichts zu tun hatten mit dem Ball. Und leicht wie Schmetterlinge, glühend wie Fackeln, irrten sie hin und her, flimmerten, stiegen auf zum Gesims, sanken herab auf seinen Mund. Frederik mühte sich, diese Augen zu erkennen, vergeblich. Aber schon hatte sich der Traum seiner bemächtigt. ihm schien, er sei neben Arnoux an die Deichsel eines Fiakas gespannt, und die Marschallin, rittlings auf ihm sitzen, zerschlitzte ihm den Leib mit ihren Goldsporen. Frederik fand an der Ecke Rue Rampfort ein kleines Palais, und er kaufte sich mit einem Streich Coupé, Pferd, Möbel und zwei Jardinären, die er bei Arnoux erwarb und zu beiden Seiten der Tür in seinem Salon aufstellte. Hinter diesem Raum lagen ein Schlafzimmer und ein Kabinett. Ihm kam der Gedanke, die Laurier dort unterzubringen, doch wie sollte er sie empfangen, seine zukünftige Maitresse? Die Anwesenheit eines Freundes wäre lästig. Er ließ die Zwischenwand einreißen, vergrößerte den Salon und machte aus dem Kabinett ein Rauchzimmer. Er kaufte seine Lieblingsdichter, Reisebeschreibungen, Atlanten, Wörterbücher, denn er hatte zahllose Arbeitsvorhaben vor. Er drängte die Handwerker, lief von Geschäft zu Geschäft und in seiner ungeduldigen Gier nach Genuss nahm er alles mit, ohne zu verhandeln. Aus den Rechnungen der Lieferanten ersah Frédéric, dass er demnächst an die 40.000 Francs zu berappen hatte. Nicht mitgerechnet die Erbschaftssteuer, die würde über 37.000 betragen. Da sein Vermögen aus Grundbesitz bestand, gab er dem Notar in Le Havre Anweisung, einen Teil davon zu veräußern. So konnte er seine Schulden begleichen und hatte noch ein wenig Geld zur Verfügung. Dann wollte er endlich dieses diffuse, schillernde und unbestimmbare Etwas kennenlernen, das man die große Welt nennt. Und so erkundigte er sich in einem Billett bei Madame D'Ambreuse, ob man ihn empfangen könne. Madame antwortete, sie erhoffe seinen Besuch für den folgenden Tag. Es war Empfangstag. Wagen standen im Hof, zwei Bediente kamen unter dem Glasdach herbeigelaufen und ein dritter Schritt oben auf der Treppe vor ihm einher. Er ging durch ein Vorzimmer, einen zweiten Raum, dann einen großen Salon mit hohen Fenstern, auf dessen gewaltigem Kamin eine Uhr in Form der Weltkugel thronte, dazu zwei ungeheure Porzellanvasen, aus denen wie zwei goldene Büsche zwei Bündel Tropfenfänger aufragten. Gemälde in der Manier des Spagnoletto hingen an der Wand, die schwer gewirkten Portieren fielen majestätisch und die Foteus, die Konsolen, die Tische, das gesamte Mobiliar im Empire-Stil hatte etwas Imposantes und Diplomatenhaftes. Friederik lächelte unwillkürlich vor Wohlbehagen. Endlich gelangte er in einen ovalen Raum mit Rosenholz getefelt, vollgestopft mit grazilen Möbeln und erhellt von einer einzigen großen Fensterscheibe, durch die man hinausblickte in den Garten. Madame D'Hombreu saß am Feuer, ein Dutzend Personen im Kreis um sie herum. Mit einem freundlichen Wort bedeutete sie ihm Platz zu nehmen, zeigte jedoch keine Überraschung, dass sie ihn so lange nicht gesehen hatte. Man rühmte gerade, als er eintrat, die Redekunst des Abbé Coeur. Dann klagte man über die Unmoral der Dienstboten, wegen eines Diebstahls, begangen von einem Kammerdiener und es wurde Klatsch ausgebreitet. Die alte Madame de Sommerie hatte eine Erkältung. Mademoiselle de Turviso wollte heiraten. Die Mont-Charan kämen nicht vor Ende Januar wieder, desgleichen die Bretoncourt. Man blieb jetzt länger auf dem Land und die Armseligkeit der Reden wurde gewissermaßen noch verstärkt durch den Luxus der Dinge ringsum. Doch was man einander sagte, war nicht so geistlos wie die Ausdrucksweise ohne Ziel, ohne Zusammenhang und ohne Feuer. Immerhin waren lebenserfahrene Männer zugegen. Ein ehemaliger Minister, der Pfarrer einer großen Gemeinde, zwei oder drei hohe Regierungsbeamte, sie begnügten sich mit den abgegriffensten Gemeinplätzen. Einige glichen müden Matronen, andere hatten die Allüre von Rosttäuschern und Greise begleiteten ihre Frauen, deren Großvater sie leicht hätten sein können. Madame D'Hombreuse empfing alle voller Anmut. Sobald man von einem Kranken sprach, runzelte sie mit fühlend die Stirn und sie blickte fröhlich, wenn es um Bälle ging oder Abendgesellschaften. Bald werde sie darauf verzichten müssen, denn sie wolle eine Nichte ihres Mannes ein Waisenkind aus dem Pensionat zu sich nehmen. Ihre Aufopferung wurde gepriesen, darin erweise sich die wahre Familienmutter. Friederik beobachtete sie. Die matte Haut ihres Gesichts wirkte angespannt, eine frische ohne Glanz, wie bei eingemachten Obst. Ihr Haar jedoch in Korkenzieherlocken Allonglaise war feiner als Seide, ihr Blick von strahlendem Azur, jede ihrer Bewegungen graziös, ganz hinten auf der Coseuse sitzend streichelte sie die roten Quasten eines japanischen Wandschirms. Sicher wollte sie ihre Hände zur Geltung bringen. Lange, schmale Hände, etwas knochig, mit leicht aufgebogenen Fingerspitzen. Sie trug ein graues Moré-Kleid mit hochgeschlossenem Corsage, wie eine Puritanerin. Friederik fragte, ob sie in diesem Jahr vielleicht nach La Fortelle komme. Madame Dombröse wusste es nicht. Er verstand das recht gut, Nogent musste sie langweilen. Es erschienen immer mehr Besucher, ein ständiges Kleidergeraschel auf dem Teppich, von den Noah am Stuhlrand sitzenden Damen hörte man leises Kichern. Sie redeten artig zwei, drei Wörter und verabschiedeten sich nach fünf Minuten mit ihren jungen Töchtern. Bald war es unmöglich, der Unterhaltung zu folgen und Friederik wollte sich jeden Mittwoch, nicht wahr, Monsieur Moreau? Und entschädigte ihn mit diesem einen Satz für ihre betonte Gleichgültigkeit. Er war zufrieden. Dennoch atmete er auf der Straße kräftig durch und weil er das Bedürfnis nach einer etwas weniger gekünstelten Umgebung verspürte, erinnerte sich Friederik, dass er der Marschallin einem Besuch schuldete. Die Tür zum Vorzimmer stand offen. Zwei Havaneser Bichons kamen angerannt. Eine Stimme rief, Delfin, Delfin, sind sie es, Felix? Er blieb stehen, wo er war. Die beiden Schoßhündchen kläfften weiter. Endlich erschien Rosanette, eingehüllt in einer Art Morgenrock aus weißem Muselin mit Spitzenbesatz. Ihre nackten Füße steckten in Babuschen. Oh, pardon, Monsieur, ich hielt sie für den Friseur. Eine Minute, bin gleich zurück und er blieb allein im Esszimmer. Die Fensterläden waren geschlossen. Friederick ließ seinen Blick schweifen und dachte an das lärmende Treiben neulich in der Nacht. Dabei merkte er mitten auf dem Tisch einen Männerhut, einen alten Filzhut, verbeult, speckig, ekelhaft. Wem gehörte dieser Hut? Schamlos, sein zerrissenes Futter zeigend, schien er zu sagen, ist mir doch egal, ich bin der Herr. Die Marschallin kam zurück. Sie griff nach ihm, öffnete das Treibhaus, warf ihn dort hinein, schloss die Tür. Gleichzeitig gingen andere Türen auf und wieder zu und nachdem sie Friederick durch die Küche gelotst hatte, führte sie ihn ins Ankleide Kabinett. Man sah augenblicklich, es war der umtriebigste Ort im Haus, sozusagen sein eigentlicher geistiger Mittelpunkt. Ein großblättrig gemusterter Persstoff überzog die Wände, die Foteus und den breiten geschmeidigen Divan. Auf dem weißen Marmortisch standen in einigem Abstand voneinander zwei ausladende Waschschüsseln aus blauer Faience. Die Kristallglasplatten der Etagieren darüber waren vollgestellt mit Fläschchen, Bürsten, Kämmen, Schminkstiften, Puderdosen. Das Feuer verdoppelte sich in einem hohen Drehspiegel. Ein Tuch hing aus der Badewanne, Mandel- und Benzoidüfte schwebten in der Luft. Sie müssen die Unordnung verzeihen, heute Abend die Nierich in der Stadt. Und als sie sich schummvoll umdrehte, zertrat sie beinahe eins der Hündchen. Friedrich erklärte die beiden verhinreißend. Sie hob alle zwei in die Höhe, präsentierte ihm die schwarzen Schnauzen. Na, kommt schon, lächelt und küsst den Monsieur. Ein Mann in schmutzigem Gehrock mit Pelzkragen trat überraschend herein. Ah, Felix, mein Guter, sagte sie, nächsten Sonntag bekommen Sie Ihre Sache ganz gewiss. Der Mann begann sie zu frisieren. Er berichtete Neuigkeiten von ihren Freundinnen. Madame de Roche-Gune, Madame de Saint-Florentin, Madame Lombard, alle waren sie adlig, wie im Hotel Dombrus. Dann schwatzte er vom Theater. Heute Abend gebe man im Ambigu eine Extra-Vorstellung. Gehen Sie hin? Sicher nicht, ich bleibe zu Hause. Delfin erschien. Sie wurde ausgeschimpft, denn sie hatte ohne Erlaubnis das Haus verlassen. Das Mädchen beteuerte, sie komme vom Markt. Na gut, dann bringen Sie Ihr Buch. Sie gestatten doch. Während sie halblaut in dem Heft las, bekrittelte Rosanette jeden einzelnen Posten. Die Rechnung war falsch. Ich bekomme noch vier Su. Delfin rückte sie heraus und kaum war sie weggeschickt. Heilige Jungfrau, was für ein Elend mit diesen Leuten. Friederik empörte die Nörgelei. Sie erinnerte ihn allzu sehr an die anderen und schuf zwischen den beiden Häusern eine Art missliche Gleichheit. Delfin war zurückgekehrt, stellte sich neben die Marschallin und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Nein, ich will sie nicht sehen. Delfin kam noch einmal. Madame, sie lässt sich nicht abwimmeln. Ach, wie blöd, schmeiß sie raus! Im selben Augenblick trat eine schwarz gekleidete alte Dame durch die Tür. Friederik verstand nichts, sah nichts. Rosanette war ihr ins Schlafzimmer entgegengestürmt. Als sie wieder auftauchte, hatte sie rote Backen und setzte sich wortlos in einen der Fauteus. Eine Träne rollte ihr über die Wange. Dann wandte sie sich sanft an den jungen Mann. Wie heißen sie mit Vornamen? Friederik. Ah, Frederico. Stört es sie, wenn ich sie so nenne? Und sie betrachtete ihn zärtlich, beinah verliebt. Plötzlich ließ sie einen Freudenschrei hören, beim Anblick von Mademoiselle Vatnas. Die Künstlerin hatte keine Zeit zu verlieren, denn sie musste Punkt sechs ihrer Dabbeldote vorsitzen. Und sie schnaufte, konnte nicht mehr. Zuerst zog sie aus ihrem Korb eine Uhrkette mitsamt einem Zettel, dann verschiedene Gegenstände, lauter Errungenschaften. Damit du es weißt, in der Rue Joubert gibt es wundervolle Handschuhe aus Velourleder für 36 sous. Dein Färber braucht noch acht Tage. Wegen der Gebüre habe ich gesagt, du schaust noch mal vorbei. Meuniot hat bereits die Anzahlung, das ist alles, glaube ich. Du schuldest mir 185 Fr. Rosanette holte aus einer Schublade zehn Napoleon d'Or. Keine der beiden hatte Kleingeld. Frédéric konnte aushelfen. Sie bekommen's wieder, sagte die Vatnas und steckte die 15 Fr. in ihre Handtasche. Aber sie, sie sind ein böser Junge. Ich hab's, ich mag sie nicht mehr. Kein einziges Mal haben sie neulich mit mir getanzt. Ach, meine Liebste, am Quai Voltaire habe ich vor einem Laden ein Kästchen mit ausgestopften Kolibris entdeckt. Zuckersüß, an deiner Stelle würde ich sie mir schenken. Schau, wie findest du das? Und sie wedelte mit einem alten Stoffrest rosa Seide, den hatte sie im Tombler gekauft, um ein mittelalterliches Wams für Del Mar zu schneidern. Er hat doch heute vorbeigeschaut. Nein, seltsam. Und eine Minute später? Wohin gehst du am Abend? Zu Alfanzin, sagte Rosanette. Das war nun bereits die dritte Version, wie sie den Abend zu verbringen gedachte. Mademoiselle Vadnas fragte weiter, und der Alte vom Berge, gibt's was Neues? Aber durch ein energisches Zwinkern gebot ihr die Marschallin schweigen, und sie begleitete Friederik ins Vorzimmer, um zu erfahren, ob er demnächst Anu sehe. Bitten Sie ihn kommen. Natürlich nicht vor seiner Gattin. Soweit diese Lesung heute. Es geht weiter am 27. Vierten mit der siebten Lesung. Ich möchte mich jetzt bedanken bei Hildegund Laf, bei Sandra Heinig, bei Viviana Korn und bei Markus Grotzek, die das hier immer wieder ermöglichen, aufbauen, vorbereiten, und dann noch bei Stefan Deißler. Das ist unser guter Geist von Technik und Bild. Ich bin Helge Heinold. Danke Ihnen fürs Zuhören. Gute Zeit. Bleiben Sie gelassen und fröhlich. Tschüss. Vielen Dank.